Und ich weiß, dass wir es versaut haben und dass ein Wunder jetzt auch nichts mehr bringt, aber ich weiß auch, dass man die Angst vergisst, die Angst vergisst, wenn man singt. Herzlich willkommen, Sarah. Sarah Lesch, bevor ich dich vorstelle, versuche ich mal jetzt aus dem Kopf was zusammenzustellen. Du hast in der schmutzigen Küche über Musik und Matrosen gesungen und bist jetzt auf einmal da draußen gelandet. Fühlt sich da draußen schöner an oder liebst du dir mehr die schmutzige Küche? Hallo erstmal, das ist eine tolle Frage, ja. Das finde ich gerade auch noch raus. Also es ist für mich eine ganz krasse Umgewöhnung, weil ich bin sehr jung Mama geworden mit 18 und dann war ich eben viel zu Hause und meine Freunde sind alle studieren und ins Ausland und so. Und ich saß zu Hause und hatte viel, viel Sehnsucht nach der großen weiten Welt. Und dann habe ich halt angefangen Lieder zu schreiben und habe die aus meiner Küche so per YouTube irgendwie hochgeladen. Und so fing das alles irgendwie an. War die echt witzig? Naja, eigentlich war das so, dass ich damals einen Musiker hatte, der mit mir zusammen quasi Aufnahmen auch gemacht hat und halt eher professionell so im Studio. Und ich habe dann irgendwann gesagt, du, also mir dauert das alles zu lang. Ich will das jetzt raushauen. Ich mache das einfach aus der Küche mit meinem Laptop. Und dann hat der gesagt, das kannst du doch nicht machen, da ist doch der Sound viel zu schmutzig. Und dann habe ich gesagt, dann nenne ich es halt Lieder aus der schmutzigen Küche. Und daher kam eigentlich so der Name. Aber die Küche war immer auch ein bisschen schmutzig, weil sonst fühlt man sich ja nicht wohl. Also, finde ich. Bevor wir weitergehen im Vorstellen, da ist mir noch was aufgefallen. Also rein von außen. Auf der einen Seite, du hast auf deiner rechten Schulter ein Tattoo, so eine Art Windrose, Steuerrad, wenn ich das richtig gesehen habe. Du hast auf dem linken Mittelfinger ein Anker tätowiert. Mehr Matrosen? Oder wie kommt das? Hast du so eine, reizt sich da irgendwas? Ist das Zufall? Ich will jetzt nicht nach weiteren Tattoos fragen, aber hat das irgendeine Bedeutung? Ist das Zufall? Nein, machen wir heute nicht, nächstes Mal. Also die Tattoos sind genau wie alles, was ich so im kreativen Bereich irgendwie mache, eigentlich rein intuitiv natürlich erstmal passiert. Aber ich habe irgendwie schon eine große Liebe zum Meer. Und ich bin auch immer sehr, sehr viel am Meer, an der Ostsee halt. Und ja, genau, deswegen, vielleicht hat mich das auch einfach inspiriert oder natürlich ist das auch irgendwie sehr romantisch. Und diese alten Symbole, die bedeuten einfach irgendwie, also das ist für mich so was Erdiges, Handwerkliches, diese Seefahrersymbole. Ich mag das einfach gerne. Und diese Tattoos haben auch oft sehr viel mit meinen Liedern zu tun, weil meine Lieder ja auch eigentlich wie ein Tagebuch sind. Genauso sind meine Tattoos irgendwie auch wie ein Tagebuch oder keine Ahnung, das sind so Lebensabschnitte, wo ich halt heftige Dinge erlebt habe und dann gab es ein Tattoo oder vielleicht auch ein Album. Spannende Geschichte. In meinem Leben gibt es dann Tattoos oder Alben. Das wird spannend, ne? Ich glaube, wir sollten mit Jennifer Rostock drüber reden. Stimmt, aber ich weiß gar nicht, wie viele Alben die schon hat, aber Tattoos hat sie auf jeden Fall schon ein paar mehr. Streichen wir, nein, streichen wir nicht. Ach, hallo Hund, du wirst dich ganz ruhig in die Ecke legen. Ich weiß nicht, was los ist. Kannst du unseren dritten Interviewgast? Komm, sag mal, hallo. Genau. Wer ist das? Das ist Beatle, meine Hündin. Die ist noch ein Welpe und gerade sehr aufgeregt. Sie war gerade eine Woche bei der Hundeszitterin. Und jetzt hat sie wahrscheinlich Angst, dass ich sie hier lasse oder so. Ne? Ich bereite mich ja immer an dem vor, was ich über dich höre, was ich über dich lese. Und du gibst auch Antworten in Interviews, aber es ist immer schön zu fragen, was du selbst denkst, was du fühlst. Musikalisch. Du spielst viel mit Konstantin Wecker zusammen aktuell oder hast gespielt. Ist das richtig? Stand natürlich wieder, habe ich gelesen. Ach, was da immer steht. Also ja, ich habe nicht mit Konstantin Wecker zusammen gespielt, sondern das war meine Kollegin Cynthia Nikschas. Die ist richtig mit ihm auf Tour gegangen und war auch sogar seine Gitarristin. Und ich durfte aber zwei oder dreimal als Gast einen Song da spielen. Also er hat mich eingeladen, als Gast zu ihm zu kommen und einen Song zu spielen. Also liebe Kollegen, es lebe die gute Recherche. Das ist ja der Knaller. Aber musikalisch Konstantin Wecker, welche Ecke würde es dich tun? Ist gar nicht so weit weg, oder? Ne, das ist auf keinen Fall weit weg. Also ich, was mich sehr inspiriert hat, als ich angefangen habe oder was so meine Herzensliedermacher zu der Zeit waren, waren tatsächlich Gerhard Schöne und so Degenhardt und Reinhard May und aber zum Beispiel auch Dota Kehr oder Fanny van Dan. Die fand ich total toll und so wollte ich auch sein und so wollte ich auch schreiben. Das war irgendwie, oder Bettina Wegner zum Beispiel. Und später sind mir dann so natürlich noch viel mehr begegnet. Also zum Beispiel Gundermann, der ja auch sehr bekannt ist und den man eigentlich kennen sollte. Aber wir hatten unsere Zeit erst so vor zwei Jahren, da habe ich mich erst richtig mit Gundermann beschäftigt. Da möchte ich gleich zu kommen. Ich möchte vorher noch ein bisschen springen und weil das ist ja ein ziemlich großes Feld, wenn wir da richtig reinkommen, um das zu akkern. Du hast viele Vorbilder genannt, jetzt vom Textlichen her oder von den Inhalten her und wieder Interviews. Element of Crime, habe ich ja gehört, hat ja sehr gut gefallen, dass Musikale steht, der Sound würde die Sachen rüberbringen. Das hatte ich mal. Was ist so toll und was findet sich in deiner Musik wieder, dass das so richtig schön fließt oder was fasziniert dich an Element of Crime? Was sind die Elemente, die du übernommen hast? Hoffentlich keine Kriminellen. Nee, also es ist ganz, ganz schwierig. Ich kann das gar nicht so, also professionell beschreiben kann ich es nicht. Manchmal ist es genau wie wenn wir zusammen arbeiten irgendwie und eine Platte machen, dann ist es immer so, ich bin ja totaler Autodidakt und ich sage dann immer, na das muss so schrammelig sein, weißt du wie? Und dann muss der, natürlich der sich auskennt, dann sagen, na was meint sie denn jetzt? Meint sie jetzt irgendeinen Effekt? Oder, ne? Und dann muss man das erstmal rausfinden. Und an Element of Crime ist es eigentlich, was ich beschreiben kann, es hat einfach ein Lebensgefühl. Element of Crime, wenn man das hört, dann ist es so ein, das hat so einen Charme, so einen Schrammelscharme, so ein Lebensgefühl. Und es hat so eine großartige, erdige Klarheit und gleichzeitig eine Poesie, dass einem das Herz aufgeht und man heulen könnte und so eine Alltagsromantik, die ich total gerne mag und es hat halt nichts nötig. Also es ist nicht zu glatt, das mag ich einfach. Also so würde ich es jetzt vielleicht beschreiben, dass das ist, was mir so daran gefällt. Und die E-Gitarren und so, na klar, die Trompeten, das ist einfach schön. Also das ist mein Ding irgendwie. Ja, das spiegelt sich ja in deinem Sound wieder. Jetzt kommen wir zu den Texten mit einem kleinen Vorschritt. Protestsongs, das ist ja so etwas, womit man dich charakterisiert. Sind es denn Protestsongs oder sind es einfach nur Dinge, die dir auffallen? Willst du protestieren oder schreibst du einfach, weil du das Schreiben liebst, das Wort liebst? Hast du das Ziel zu protestieren oder ergibt sich das einfach? Also tatsächlich ist die Musik eine Sache in meinem Leben, die ich entdeckt habe an mir, die einfach aus mir raus muss, damit ich überhaupt überleben kann. Das ist für mich wie Atmen und ich habe, das ist die einzige Sache, wo ich tatsächlich kein Ziel habe. Also ich habe kein Ziel, ich habe keine Absicht. Man würde das heutzutage den Flow nennen. Ich mache das einfach in dem Moment, um es zu machen. Weil es richtig ist. Weil es sich so anfühlt. Schlicht, weil es sich so anfühlt. Und für die Dinge, für die ich keine Worte habe, finde ich Lieder. Und mein Kollege Bastian Bandt hat das mal ganz schön gesagt. Er sagt, er schreibt sich die Lieder, die ihm fehlen. Also für Sachen, wo es noch keine Lieder gibt. Wo man denkt, aber das Gefühl, was ich jetzt habe, dafür gibt es noch keinen Song. Dafür hat Element of Crime noch nichts geschrieben und Reinhard meinig. Und da finde ich irgendwie dann einen Kanal und das ist eben die Musik oder die Poesie. Und ich habe eigentlich immer nur von mir selber gesprochen oder von Menschen, die ich kenne. Klar habe ich manchmal so das Gefühl, ach, da könnte man ja auch mal was drüber sagen, wenn ich so Nachrichten gucke oder so. Ich würde super gerne mal ein Lied über dieses oder jenes Thema schreiben. Aber ich erwarte das nicht von mir, sondern ich warte einfach mal, ob mir da was begegnet, was mich so sehr berührt und so sehr betrifft, dass ich dafür ein Lied schreiben muss. Ich würde jetzt nicht einfach so, weil es jetzt gerade angesagt ist, über irgendein Thema ein Lied schreiben. Außer es betrifft mich tatsächlich so nah emotional, dass ich wirklich was dazu zu sagen habe. Da draußen bilden wir Banden, wer schreit kann nicht gleichzeitig denken. Ich schreibe uns keine Parolen, wie könnte ich behaupten zu lenken? Ich weiß keine Lösung, nur Lieder, bin klüger und besser nicht. Ich weiß nichts, das mir doch Halt gibt, drum halte ich mich an ein Gedicht. Ich erwarte davon keine Rettung, ich erwarte nicht, dass es was bringt. Ich weiß nur, dass man die Angst vergisst, die Angst vergisst, wenn man singt. Ich weiß, wenn wir reden vom Frieden, dann sind wir schon längst im Krieg. Ich weiß das, weil ich es spüren kann, das ist alles, was mir blieb. Ich hab keine Worte, nur Tränen, für die meisten ist das nicht viel. Ich weiß nicht, wem ich noch glauben kann, also glaube ich meinem Gefühl. Und ich weiß, dass wir es versaut haben und dass ein Wunder jetzt auch nichts mehr bringt. Aber ich weiß auch, dass man die Angst vergisst, die Angst vergisst, wenn man singt. Ich weiß nicht, dass man die Angst vergisst, wenn man singt. Und du glaubst, der Krieg ist noch weit. Hör, was sie rufen, mein Onkel, dein Bruder. Hör genau hin, dann weißt du Bescheid. Wer wütend ist, ist nicht wachsam und sieht nicht, was wirklich passiert. Wer Angst hat, fängt an zu beißen. Wer sich hilflos fühlt, funktioniert. Aber Mut heißt nicht, keine Angst zu haben. Mut heißt nur, dass man trotzdem springt. Und ich weiß, dass man die Angst vergisst, die Angst vergisst, wenn man singt. Und ich weiß, dass man die Angst vergisst, wenn man singt. Und ich weiß, dass man die Angst vergisst, wenn man singt. Wir haben ja jetzt den großen Vorteil, wenn die nächste Frage nichts wird. Wir können ja schneiden oder zum Beispiel Beatles zeigen. Ich würde doch gerne nachhaken, weil wenn Menschen mir sagen, du hast eine Vorstellung, die habe ich nicht immer. Das ist ein anderes Bild. Deswegen, was wäre so ein Song für dich? Oder sind das alle Songs, die du geschrieben hast, wo du einfach Gefühle ausdrückst, die es vorher noch nicht gab? Gibt es da irgendwelche Songs, die du benennen könntest? Also du meinst jetzt die Lieder, die es noch nicht gab, also ein Gefühl betreffend, dass es noch nicht gab. Genau, also zum Beispiel, weil ich auf der Bühne davon immer so erzähle, fällt mir das jetzt als erstes ein, ist das Testament zum Beispiel, was ich geschrieben habe. Wo ich immer so Gefühle hatte, also so als Mama damals und auch als Erzieherin und im Bereich, wo ich gearbeitet habe mit Kindern und überhaupt, wenn ich mir Menschen angeschaut habe und wenn ich mich selber angeschaut habe, dass ich oft so eine Wut hatte und dachte, ach naja, okay. Also dafür hat ja Reinhard May schon tausend Songs geschrieben und so und irgendwann habe ich aber gemerkt, das bleibt immer noch und ich habe eigentlich immer noch nicht so richtig den Punkt daran gefunden. Also das waren so mehrere Jahre, in denen ich so Situationen gesammelt habe, die dann dieses Lied inspiriert haben, weil ich dachte, aber wir sind eine ganz eigene Generation nochmal und wir müssen unsere eigenen Songs singen und ich, ich meine Reinhard May hat tausend schöne Sachen geschrieben, in denen ich mich wiederfinden kann und so und die auch ähnlich sind vielleicht oder Bob Dylan, ja. Zum Beispiel auch und die mich dann auch wieder inspiriert haben, ich dachte, Bob Dylan hat das auch schon erzählt, dann kann ich das vielleicht in meiner Version auch erzählen und ich bin aber Sarah und sitze in der Küche und bin Mama und ich kann was ganz anderes erzählen, weil ich bin einfach ein anderer Mensch und ich habe einen anderen Hintergrund und da zum Beispiel habe ich auch gedacht, doch, du musst dein eigenes Lied schreiben und das ist auch okay, auch wenn du denkst, das haben schon tausend andere besser gemacht. Das ist blöd, so tief zu stapeln, weil jeder ist wichtig und jeder in seinem Alltag ist wichtig. Es gibt nichts Kleines und nichts Großes eigentlich. Ich musste gerade über mich nachdenken und es hat mich jetzt erstaunt, dass du gesagt hast, das haben wir schon tausend andere gemacht, dass du überhaupt drüber nachdenkst, weil ich bin immer der Typ, da habe ich jetzt Bock drauf, das will ich machen und dann mache ich das. Und es ist einfach ein Bedürfnis. Da hätte ich jetzt bei dir drauf getippt. Das hat mich gerade so ein bisschen erstaunt, dass du wirklich noch das hinterfragst. Ja, total. Also ich habe nicht so, also was das angeht, also ich mache die Musik halt, weil ich es liebe und deswegen kann mir da auch nie was passieren, weil ich nichts erwarte davon. Aber ich bin halt, wie gesagt, Autodidakt und war in der Schule eher so nicht so gut in Musik oder so und hatte eben nicht diesen Hintergrund. Also keine künstlerisch veranlagte Familie, also väterlicherseits schon, aber der war weit weg. Der war weit weg, ganz genau. Und in der Schule war das halt eher so oder dann später auch, als ich angefangen habe, Musik zu machen, dass die Leute gesagt haben, hey Mädchen, du kannst nicht singen, lass es lieber bleibe, gell? Und so. Und ich habe auch nie irgendwelche Wettbewerbe gewonnen oder ich konnte nie gut Gitarre spielen. Und deswegen bin ich da eher immer sehr schüchtern und denke immer so, naja, also jetzt natürlich nicht mehr, weil jetzt merke ich natürlich, dass das, was ich tue, dass ich was zu erzählen habe, dass die Leute da gerne hinhören und sagen, ja, mir geht's auch so. Und das gibt mir natürlich wahnsinnig viel Mut und ganz viel Kraft, aber ich habe da schon eine Weile gebraucht, um dieses Selbstvertrauen zu entwickeln, auf jeden Fall. Muss ich wieder an ein Interview, muss ich mich wieder an ein Interview erzählen, wo du sagst, es gibt immer so Glitzersterne und dann will ich auch hin, das will ich. Das heißt, du hast eine Idee, du siehst irgendwas und dann willst du das auch erreichen. Denn das waren nicht Glitzersterne, ich erinnere mich, genau das waren, da geht ein Fenster im Kopf auf oder eine neue Tür auf. Und man kann auf einmal, hat man eine Vision von irgendwas und kann eine Idee erkennen oder so. Das war das, glaube ich, mit den Fenstern. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, das ist so en passant gewesen. Ich dachte nur, irgendwas war da, da war was mit Glitzerin, ich gucke nachher mal nach. Aber es ist egal, aber letztendlich spricht das für sehr viel Selbstbewusstsein auf der einen Seite, zu sagen, das sehe ich, da will ich hin. Kann ich das so formulieren, darf ich das formulieren? Darfst du formulieren, ja. Das finde ich irgendwie sehr toll, das ist ja sehr ehrgeizig, jetzt ehrgeizig ist ja auch was Positives, nur wenn du übertrieben bist, wird der negativ. Und das fand ich eine sehr starke Aussage. Und jetzt darfst du mir die Augen auskratzen, ich habe gedacht, irgendwo ist eine sehr zielstrebige Frau, aber auf ihr war doch süß. Das ist jetzt auch positiv gemeint. Dankeschön. Das zu vereinbaren ist ja nicht immer leicht. Du bist ja auf der einen Seite offensichtlich sehr zielstrebig. Obwohl du ganz locker, laissez-faire oder nur einfach den Flow hast, auf deiner Seite hast du schon konkrete Vorstellungen von den Dingen. Ja, das stimmt. Das war mir auch über mich selber gar nicht so bewusst. Also ich meine, das kennt bestimmt jeder, dass man manchmal so ein Selbstbild hat und wenn man dann Leute fragt, sagen die auf einmal so, was ich nämlich überhaupt nicht so war. Also wir haben das zum Beispiel im Team, wenn wir miteinander quatschen, haben wir das fast täglich, dass wir über solche Dinge sprechen. Dass ich zu meiner Kollegin irgendwie sage, hey, du machst das und das so toll. Und sie sagt, was, das habe ich gar nicht so wahrgenommen irgendwie. Und bei mir war das auch so, dass mir gar nicht klar war, dass ich sehr viel Durchhaltevermögen habe und sehr zielstrebig bin. Und dass ich da auch manchmal irgendwie einen, ja, weiß ich nicht, lieben Menschen brauche, der mir immer auf die Schulter klopft und sagt, hey, pack mal dein Pausenbrot aus und genieß die Aussicht. Das hast du echt gut gemacht. So, ne? Weil man von sich selber immer, ja. Hilft dir nicht am meisten dein Sohn dabei, der dich zwangsweise entschleunigt? Du bist ja verantwortlich, du musst dich um ihn kümmern und du musst dich entschleunigen. Ja, genau. Also der hat, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, der hat mir wahnsinnig geholfen und hat mich auch immer sehr inspiriert. Und trotzdem dachte ich immer, oh, ich möchte nochmal, ich hatte ja nie diesen Ausbruch, so dieses alleine leben oder mal in eine WG ziehen oder so, oder so, total, ja, weiß ich nicht, einfach nur mal nach mir gucken. Das hatte ich ja nie, sondern ich bin daheim ausgezogen, direkt mit meinem Kind schon und war dann Mama. Das heißt, ich habe immer gedacht, oh, die anderen haben es bestimmt alle total toll und das ist doch so klasse, wenn man einfach machen kann, was man will und immer auf Party gehen und so. Und jetzt ist es so, dass seit letztem Jahr September mein Sohn gar nicht mehr bei mir lebt, sondern bei seinem Papa, weil der halt ein sehr konservatives Leben hat und auf dem Land lebt und das ist einfach toll für die beiden. Und es war einfach jetzt so besser, weil ich ja ständig auf Tour bin. Und was übrigens auch sehr schade ist, dass ich eben mit Schulkind dieses Leben nicht so leben kann. Das funktioniert nicht, zumindest nicht, wenn ich alleinerziehend bin. Und da habe ich dann ganz heftig gemerkt, wie krass das mir fehlt. Nicht nur, weil mein Sohn mir als Mensch fehlt, weil er ein wundervoller Mensch ist, der sehr, sehr viel Humor und Freude in mein Leben bringt, sondern auch, weil dieses Mama-Sein mich eben automatisch entschleunigt hat und ich eben, weil ich so zielstrebig bin und so viel will, manchmal auch dazu tendiere, zu sagen, ja, also jetzt kann ich ja noch das machen und dann kann ich ja noch das machen und so. Und das wird mir dann relativ schnell zum Verhängnis. Und da hilft das natürlich. Man denkt erst mal, oh, jetzt kann ich heute das gar nicht mehr erledigen. Jetzt gehen wir noch in den Park und müssen Fußball spielen. So und dann schaffe ich das ja gar nicht mehr. Und dann merke ich aber plötzlich, dass mir das selber eigentlich auch gut tut und dass ich das eigentlich genieße. Und dafür habe ich ihn gebraucht. Und jetzt gehe ich gerade auf eine Reise zu mir selbst, indem ich rausfinde, wie kann ich mich eigentlich selber entschleunigen. Und versuche mir dann so immer vorzunehmen, auch mal nichts zu tun und denke dann immer an Astrid Lindgren. Klappt das? Das ist schwierig, aber es klappt immer besser. Also ich habe jetzt eine Weile gebraucht. Aber ich denke dann immer an Astrid Lindgren, die so einen Spruch hat, ganz schön, man muss ja auch noch Zeit haben, auf einer Bank zu sitzen und in die Luft zu starren. Und das stimmt, da muss man Zeit für haben. Das ist ganz wichtig. Man erlebt so geile Dinge, man erlebt so geile Dinge, man muss die Zeit haben, sich drüber zu freuen und zurückzulehnen und mit den Freunden drüber zu reden. Und dazu muss man mal durchatmen. Ich merke das selbst, wenn das so tack, tack, tack geht, dann sammelt sich das an, du bist fertig. Und das, was eigentlich das Geschenk ist an dem Ganzen, was wir tun dürfen, du auf einer anderen Ebene als ich oder auch ich, das geht dann manchmal so verloren. Und dieses Glück, diese Freude, das ist für mich das Entscheidende an den Berufen, die wir jeweils haben, das ist ja auch ein Geschenk. Es ist ja ein Geschenk, das tun zu dürfen, was man liebt. Du singst gern, du bist gern auf der Bühne und du darfst das tun und du darfst deinen Lebensunterhalt davon bestreiten. Das ist unglaublich toll. Zum Texten wollte ich noch kommen, jetzt nochmal einen kleinen Ablauf. Natürlich müssen wir auf Leipzig kommen, Leipzig ist ja wichtig und es ist ja gleichzeitig ein Radiointerview, wo auf Second Radio ausgestrahlt wird, dann hier auf DRW Plus. Und da müssen wir natürlich ein bisschen Werbung für Leipzig machen. Da draußen über die Platte reden wir, über die Texte. Warum du in den Osten wolltest, müssen wir auch noch ansprechen. Aber was mich viel mehr interessiert sind, in Häkchen, deine Kinder, weil du hast die Platten als deine Kinder bezeichnet. Da fand ich was sehr Schönes. Als allererstes Texte. Du hast gesagt, nein, ich habe gehört, in der Schwangerschaft hast du angefangen, Gitarre zu spielen, Musik zu machen. Ist das so korrekt oder konzentriert? Und Hormone verändern einen. Das stimmt. Ich habe vorher leidenschaftlich getanzt und das ging dann nicht mehr. Und dann habe ich einen anderen Kanal gehabt. Irgendwie, da musste ich mir irgendwas anderes suchen. Hast du das bewusst, diesen Schritt? Hast du gesucht, was kann ich jetzt machen? Nee, also ich... Oder ergab sich das? Nee, das ergab sich. Also ich habe getanzt seit ich klein war. Ich glaube, ich habe mit fünf Jahren schon angefangen und ich habe es geliebt, auf der Bühne zu stehen. Wir hatten auch eine sehr strenge Tanzlehrerin, die uns immer Auftritte verschafft hat. Und ich stand immer ganz vorne in der Mitte, weil ich die Kleinste war. Und habe mir halt angewöhnt zu performen. Weil wenn du ganz vorne stehst, kannst du bei den anderen keine Schritte abgucken. Und wenn ich mich vertanzt habe, habe ich einfach immer so getan, als wenn es genau richtig ist. Und das hat mir so eine Freude gemacht. Und das ist heute noch so. Das ist einfach auch gerne auf der Bühne. Es gibt ja auch Leute, die schreiben gerne Lieder, aber die sind gar nicht gerne auf der Bühne. Oder es gibt Leute, die sind nur gerne auf der Bühne, aber schreiben keine Lieder. Und bei mir ist zum Glück dann beides da. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach auch gerne singe. Und dass ich gerne eigentlich mir wünschen würde, Texte zu schreiben und die zu erzählen. Und dann musste ich die Gitarre dazunehmen. Weil so lange zuhören beim Labern, das ist schwierig. Da legt man lieber ein paar Akkorde drunter. Du warst also landschaftliche Tänzerin und dann musstest du damit ja aufhören. Und kam dann dieses Gefühl auf, oder hast du schon vorher? Du hast Texte geschrieben oder hast du früher Texte geschrieben? Oder dachtest du, nee, jetzt habe ich Bock drauf, jetzt mache ich das. Das ist genau das Richtige, das muss jetzt raus. Wie war das bei dir? Also ich habe vorher auch schon Texte geschrieben, aber ich habe da gar nicht so, wie soll ich mal sagen, ich dachte nie, dass ich gut bin. Ich dachte immer, ach, ich schreibe da halt so ein bisschen in mein Tagebuch Gedichte rein und so. Und ich glaube, das machen wahrscheinlich viele, viele Jugendliche, dass sie halt ihre Gefühle, weil da hat man ja auch echt Baustelle im Kopf. Und so viele Dinge, die man irgendwie sagen will. Und dann weiß man aber noch nicht, kann ich den Freundinnen vertrauen und dieses Ganze, sich sozial im Gefüge finden. Und dann schreibt man Tagebuch. Und so war das bei mir eben auch. Und dann hatte ich ein Gedichtbuch, das habe ich heute noch, das trage ich ganz viel mit mir rum, trage sowieso immer irgendein Gedichtbuch mit mir rum. Das ist von Erich Fried, so ein kleines Reklamheft. Und der schreibt ja so ganz einfach, also wer Erich Fried nicht kennt, von dem ist zum Beispiel dieses Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Das kennen ganz viele. Und der schreibt ja so schön einfache, naive Sachen, die ganz, ganz sinnig und klug sind und sehr, sehr romantisch auch. Und da habe ich dann gedacht, so kann ich mir auch vorstellen zu schreiben und habe das dann so ein bisschen nachgemacht und dann irgendwann so meine eigenen Sachen gefunden. Und wenn ich heute meine Tagebücher lese, dann denke ich, Mensch Sarah, da hast du ganz viel schon geschrieben und gewusst. Was du heute eigentlich auch wieder in Lieder gepackt hast, da hast du es nur ganz vergessen, dass du das irgendwie mit 14 auch schon mal gewusst hast von dir, dass du so denkst. Hast du eigentlich jetzt in modernen Zeit immer noch eine Art Buch bei dir, wo du deine Gedanken aufnotierst oder sprichst du ins Handy, du machst es also handschriftlich? Genau, beides. Also ich habe das Handy auch dabei. Ich habe das Handy irgendwie immer dabei, weil ich ein ganz, das ist halt meine Generation auch, da bin ich auch ein Suchti einfach. Ich bin immer gerne erreichbar. Ich liebe, ich gebe es zu, ich liebe WhatsApp. Man kann da so draufquatschen und dann kann man sich das anhören, wann man will. Das finde ich total geil. Und genauso mache ich das auch mit meinen Texten, weil ich gehe nämlich zum Beispiel super gerne joggen und dann habe ich immer ganz viele Ideen und dann hat man ja kein Notizbuch dabei. Und dann mache ich das einfach über WhatsApp, habe ich so eine Gruppe, die heißt Der Kreativshit, habe ich mit einer Freundin zusammen, die Romane schreibt und wir schmeißen da immer alles rein, was uns einfällt. Und dann zu Hause, wenn ich mich dann an meinen Tisch setze oder in eine Kneipe setze, in die Ecke und romantisch den Text zu Ende bringe, dann mache ich das auch mit meinem Notizheft und schreibe das dann rein und habe das auch natürlich immer in meinem Rucksack, weil ich es einfach romantisch finde. Ganz kurz für die Zuschauer, ihr könnt es nicht sehen, aber Biedl stiehlt uns die Show. Mein ganzes Team ist auch infiziert. Wir merken gar nicht mehr, dass wir hier reden. Das ist irgendwie total lustig. Eine Frage überspringe ich jetzt, weil wir reden so viel, wir kommen mit der Zeit überhaupt nicht mehr hin. Der Entschluss, in den Häkchen in den Osten zu gehen, wie kam das zu dir? Leipzig, weil du Familie hast, wenn ich das richtig verstanden habe, aber warum wolltest du in Tübingen, nicht Thüringen, war das? Genau, das war Tübingen, ja. Ja, früher Thüringen, Tübingen. Und wie kam es dazu, dass du hierher wolltest? Das hatte ganz viele Gründe. Also mein Vater, mit dem ich nicht aufgewachsen bin, sagen wir es mal so, den kannte ich nur aus dem Fernsehen. Der war auch Musiker und wir hatten leider keinen Kontakt. Aber seine Mama, meine Oma Edith, die hat mich oft besucht und die hat mir auch immer mal ein Gedichtbuch gegeben. Oder hat mir das so ein bisschen, so diese kreative Ader irgendwie in mir so wachgeküsst. Und zu der hatte ich sehr guten Kontakt. Und meine Tante lebt noch hier und meine Familie sind ja auch irgendwie Ossis und die sind da zwar mit mir ins Schwabenland gezogen, aber ich habe immer gemerkt, wir sind irgendwie anders als die Schwaben. Also das war schon klar, dass es einen Mentalitätsunterschied gibt, ja. Und irgendwie wollte ich das zum einen noch mal so entdecken. Also ich wollte noch mal wissen, wie ist es denn? Weil ich denke immer, vielleicht ist es da ja schöner, vielleicht sind ja die Leute da cooler oder ich weiß es nicht. Und dann bin ich auf meinen Touren immer mal wieder nach Leipzig gekommen und habe einfach gemerkt, oh, das interessiert mich jetzt irgendwie noch mal. Und dann habe ich auf einem Konzert im Sommer vor zwei Jahren meinen Vater getroffen. Ich habe ihm dann geschrieben und habe gesagt, hey, irgendwie wäre es echt schön, wenn du mal auf ein Konzert von mir kommst. Und dann hat er das gemacht. Und dann war das eine ganz schöne Begegnung. Und dann habe ich mir am nächsten Tag den Anker auf den Finger tätowieren lassen. Auf meinen Finger, der übrigens behindert ist. Also das kann man jetzt im Radio nicht sehen, aber mir fehlt da ein Stück von diesem Finger. Wir haben ja da auch Kamera stehen. Genau, und da haben immer alle gesagt, du kannst ja eh nicht Gitarre spielen. Und jetzt kann ich es wohl doch. Also nur Mutkinder mit den Appenfingern. Das fällt überhaupt nicht auf. Nee, das fällt nicht so richtig auf, das stimmt. Und dann habe ich mir diesen Anker tätowieren lassen und habe irgendwie gedacht, so, und jetzt machst du dir eine neue Base. Jetzt versuchst du das mal. Jetzt hast du hier in Leipzig Anker geworfen. Richtig. Was ist anders für dich in Leipzig? Leipzig ist ja auch ein bisschen unser Thema. Ja. Deswegen habe ich dich auch eingeladen als Leipziger Künstlerin, obwohl es deine Wahlheimat ist. Was ist so besonders für dich an Leipzig oder Osten? Was ist anders als bei uns da drüben, bei uns Wessis? Ich komme ja aus dem Westen. Wo kommst du denn her? Überall, aber 30 Jahre in Köln habe ich gelebt. Das war die längste Zeit. Das hat mich auch geprägt. Und nun bin ich seit zehn Jahren in Berlin. Aber das ist ja immer noch ganz anders als der Rest. Ja, das stimmt. Was ist für dich anders hier? Wie schmeckt die Luft? Was ist anders? Ist Gundermann in der Luft oder was ist es? Ja, also für mich war das hier ein ganz, ganz krasses, so in der Kindheit nochmal wieder ankommen. Ich habe mich ganz viel daran erinnert. Also meine Großmutter ist vor ein paar Jahren sehr tragisch gestorben und die hat mich einfach auch großgezogen mit. Bei uns war das so, das Rudel zieht die Kindergroße. Also meine Oma, ich war viel da einfach und mich eine ganz, ganz wichtige Person. Danach habe ich auch angefangen, dann die Alben zu machen. Also das war wie so eine Therapie für mich. Und die Oma, die hat hier bei mir, wo ich jetzt wohne, um die Ecke gelebt, früher mit meinem Großvater zusammen. Und irgendwie habe ich mich da nochmal ganz viel erinnert, als Kind ans Straßenbahn fahren und so. Und ich habe natürlich hier dann irgendwie auch so gespürt, welcher Vibe in meiner Familie war. Weil hier ist es irgendwie so, ich kam hier an und dann habe ich irgendwie SMS von wildfremden Leuten gekriegt, ey, du bist hier alleine mit Kind hergezogen. Du, wir machen gerade ein Grillfest, wir wohnen bei dir nebenan, komm doch mal vorbei. Oder ich war hier alleine mit meinem Umzugswagen vor der Tür, mit meinem Sohn. Und auf einmal standen drei Leute da und meinten so, ja, da hat jemand erzählt, du hast hier einen Umzug. Und ich dachte, ich trage dir mal die Matratze hoch und so. Also da ist irgendwie so ein soziales, man kommt hier schneller beieinander an, man ist irgendwie offenherziger, man ist so ein bisschen mehr gerade raus und irgendwie so. Das mag ich total, damit kann ich sehr, sehr gut umgehen. Da rutscht auch mal vielleicht ein Satz raus, der ein bisschen daneben ist, aber irgendwie kann ich das gut ab. Und in Schwaben, das ich jetzt auch sehr vermisse und wo ich wirklich auch sehr hochnäsig war und jetzt echt merke, dass mir das so Heimat geworden ist und dass mir das ganz, ganz sehr fehlt. In Schwaben ist es einfach auch auf eine ganz andere Art total romantisch und schön und sehr inspirierend. Aber die Menschen haben eine andere Mentalität und das ist überall in Deutschland so. In Köln ja auch. Das ist wirklich überall so. Die Leute sind einfach ganz unterschiedlich. Das ist Wahnsinn. Die Leute sind einfach ganz unterschiedlich. Die Leute sind einfach ganz allein daran schuld. Und überhaupt, wer Rettung erwartet, braucht neuerdings viel Geduld. Und wenn sie fluchen und hauen nach uns und sich nachher dafür wieder schämen, wir sind längst auf und davon gebraust mit diesem Esel und dem Hahnrichtung, na du weißt schon. Und wir rennen über glühende Kohlen Hand in Hand mit Schuhe aus. Reise, reise, mein Liebster. Heute wandern wir aus. Und wer sagt, wir fallen gewiss aufs Maul, der kann uns mal gern haben, bitte. Wir nehmen uns einmal alles mit Viel und Sahne und Streusel in die Mitte. Und der Himmel soll unser Kompass und die Rohrspatzen Schnuppe sein. Und ein Bus mit rotzigen Melodien fährt über die A9. Wo's schön ist, machen wir Kreuzchen, wo wir küssen, da ist Zuhause. Reise, reise, mein Liebster. Heute wandern wir aus. Und jedem sein eigenes Lied ins Ohr und jedem nur das, was er will. Ey, die Herzklappen offen bis Bagdad und die Bäuche voll Bauchgefühl. Bezahlt haben wir doch schon lange und lass dir nichts anderes sagen. Und jetzt gönn dir und lass dir die Locken wachsen und hör auf, um Erlaubnis zu fragen. Wo's kalt ist, machen wir Feuer und montags schlafen wir aus. Reise, reise, mein Liebster. Und immer geradeaus. Und immer geradeaus. Und immer geradeaus. Und wir wünschen und wollen und klettern bis über den Tellerrand und weiter. Reise, reise, mein Liebster. Reise, reise, Räuberleiter. Reise, 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 ret stepping. Und immer geradeaus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es kommt mir wieder, es entschleunigt in den Sinn. Jetzt sage ich mal, Westen, es ist einfach so, wir haben viele Werte vergessen, die es hier noch gibt. Ich weiß nicht, wie es bei der übernächsten Generation sein wird, weil es wird ja alles eine Melange, das vermischt sich ja alles. Aber es gibt noch viele Dinge, die es so gar nicht mehr gibt, weil das hört sich ja fast so nach Dorf an, wo das ja üblich ist. In der Großstadt ist mir sowas noch nie widerfahren. Dass wir fremde Leute mich angesprochen haben und kann ich ihnen helfen? Stimmt, das ist auch nochmal ein Unterschied. Klar, da hast du recht, das kommt natürlich noch dazu, dass Tübingen ja auch echt klein ist. Und ich habe da am Waldrand gewohnt, in so einem soziokulturellen Zentrum im Sudhaus. Es war ganz, ganz toll. Und jetzt bin ich nach Leipzig gekommen. Mein Leipzig ist wirklich nicht so wie Berlin, so voll. Also da würde ich durchdrehen nach drei Tagen. Das wäre mir einfach zu sehr großstadt, zu viele Menschen. Da ist ja Leipzig wirklich diese Seen und diese Parks. Und es ist so grün und so leer noch. Es ist ja wirklich hier echt harmlos. Und trotzdem war es mir am Anfang echt viel, dass es eine Stadt ist. Das war einfach viel für mich irgendwie. Du hast zuletzt über die Hilfsbereitschaft gesprochen hier in Leipzig. Und du hattest mal Gundermann erwähnt. Und diese Texte, sind die auch damit hochgekommen? Hast du dich damit befasst? Und haben sich deine Texte seitdem auch verändert? Aus deiner Sicht? Weil es sind ja auf jeden Fall andere Einflüsse. Ja, auf jeden Fall. Also jeder Einfluss verändert einen natürlich. Also das ist ja immer so. Das mal ganz generell. Aber natürlich ist zum Beispiel die Musik und gerade die Liedermacher im Osten, also auch Gerhard Schöne zum Beispiel, hat ja eine völlig andere Art zu schreiben, als dass ein Rolf Zukowski hat oder ein Reinhard May oder so. Es ist ja völlig unterschiedlich, weil Gerhard Schöne ja zum Beispiel ganz, ganz viel in Bilder packen musste. Das ging ja gar nicht anders, weil wo man Dinge nicht aussprechen darf, da muss man irgendwelche Bilder dafür finden oder Entsprechungen. Und deswegen ist die Sprache eine völlig andere, auf jeden Fall. Und Gundermann habe ich dann entdeckt durch Bastian Band, den ich zu der Zeit eben auch kennengelernt habe. Wir sind ja auch ein gemeinsames Programm gefahren und hat auch viel an meinem Album dann hier mitgearbeitet und so, der auch viel Gundermann gecovert hat. Wir haben uns eben kennengelernt auf einem Festival in Südtüringen und da hat er mir vorgespielt, das war mein zweitbester Sommer. Das hat Bastian mir vorgespielt einfach abends bei einem Glas Wein und ich dachte, wow, ist das toll. Und dann habe ich das erste Mal so Gundermann entdeckt und es ist mir natürlich auch aufgefallen, dass ich schon vieles von ihm auch kannte. Aber ja, das war dann schon für mich auf jeden Fall, der hat mich sehr, sehr berührt mit seinen Texten und sehr bewegt und durchaus auch beeinflusst auf jeden Fall. Hast du auch angefangen, Bilder zu nutzen? Weil eigentlich bist du ja sehr direkt gewesen im Startup. Hast du angefangen, Bilder zu nutzen? Hat dich das in dieser Hinsicht verändert? Oder was ist, was du von ihm dir so genommen hast? Nee, Bilder habe ich schon immer benutzt, weil ich ja auch, es gibt ja auch bei mir im Leben Dinge, die ich vielleicht nicht so aussprechen möchte, wie ich sie. Ich müsste jetzt ja fragen, was, aber tue ich ja nicht. Nein, lass, lass, lass. Bilder Gundermann. Okay, dann frag nicht. Ich würde eher sagen, dass Gundermann in mir Sachen ausgelöst hat, die ich dann gemacht habe. Also was ich ganz deutlich weiß, ist, dass ich in Tübingen durch meinen Wald gejoggt bin, da wo ich gewohnt habe. Und dann habe ich auf dem Ohr mir eine Gundermann-Platte angehört. Und da habe ich das Lied gehört, Ich habe keine Zeit mehr. Das war dieses letzte Konzert in Jena, diese Live-Aufnahme, habe ich mir da angehört. Und da singt er, Ich habe keine Zeit mehr, im Spalier herumzustehen. Und ich dachte so, oh Gott, du hast keine Zeit mehr. Wenn du jetzt noch irgendwie, wenn du das jetzt willst, dann mach das jetzt. Und dann habe ich halt auch, das war so die Zeit, in der ich halt beschlossen habe, den Osten zu erkunden und einfach zu sagen, jetzt ziehst du weg, jetzt machst du das. Und dann weiß ich noch, dass ich heim bin und habe zu meinem Sohn gesagt, hey, hast du Bock, mit mir nach Leipzig zu gehen? Und ich dachte, der sagt, bist du verrückt, Mama? Weil unsere ganze Familie ja da unten wohnt und wir haben hier ein übelstes Patchwork-Konstrukt. Ich dachte so, der kriegt eine Macke, wenn ich jetzt sage, irgendwie. Und dann hat er gesagt, oh ja, Mama, das machen wir. Und er fand das ganz toll. Das war einfach für den irgendwie auch ein ganz aufregendes Abenteuer, so nach Leipzig zu ziehen. Und dann kam eben der Song Reise, Reise, Räuberleiter und so. Und das ist alles auch sehr, sehr geprägt von diesem, das klingt auch, wenn man das anhört, das Lied, dann hört man sehr deutlich, das hat so einen Ostcharme. Also finde ich schon. Auch die Sprache, die ich da verwende und so. Genau. Und da muss ich aber sagen, hat mich fast, also von der Liedsprache her, hat mich fast da mehr Bastian Band beeinflusst im Schreiben. Also was für Anlehnungen ich benutzt habe und was für Bilder und so. Als jetzt Gundermann, den habe ich nämlich zur gleichen Zeit entdeckt. Also das war irgendwie, das kann man auch immer so nie so genau sagen. Weißt du, das fließt ja auch so ineinander über irgendwie. Ja. Das ist wieder so ein Gedanke, den ich habe, wenn ich dir zuhöre. Haben Lieder dich öfter dazu gebracht, etwas zu machen? Lieder sind pure Emotionen. Ja. Und das ist jetzt das Gefühl, was ich habe, dass du eben sehr ansprichst auf Emotionen, auch sehr emotional wirkst und positiv. Das ist für mich ja nichts Negatives. Und haben dich Lieder öfter dazu gebracht, Dinge zu tun? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass Lieder ganz oft Leuten, also es ist ganz, ganz oft so, dass man irgendein Gefühl hat, aber man hat keine Worte dafür. Und dann kann man sich vielleicht in manchen Situationen auch nicht verteidigen oder auch nicht sagen, nee, aber ich bin doch richtig, weil man noch keine Worte dafür hat. Und dann hört man einen Song und dann denkt man auf einmal, ja, ich weiß genau, was der beschreibt. Der hat Worte gefunden für mein Gefühl oder die halt, je nachdem. Und so ging es mir dann eben auch ganz oft. Und dann hat man aber plötzlich den Mut, für sich auch einzustehen, weil man sagt, ja, ich bin ja nicht der Einzige. Und jetzt habe ich Worte dafür, wie sich das für mich anfühlt. Und das ist zum Beispiel etwas, das ich auch ganz oft gespiegelt bekomme. Also ich kann das ja kurz erzählen. Ich habe ein ganz schönes Beispiel. Ich habe eine Nachricht bekommen, neulich über Facebook von jemandem, der mir geschrieben hat, meinen Song da draußen, da kommt ja der Satz drin vor, Mut heißt nicht, keine Angst zu haben. Mut heißt nur, dass man trotzdem springt. Der kommt von meiner besten Freundin. Und der hat mir dann geschrieben, dieser Mann, dass er halt transsexuell ist, also dass er festgestellt hat, dass er eigentlich als Frau leben möchte. Und das hat er jahrelang verheimlicht und hatte keinen Mut, das zu sagen. Und er hat aufgrund dieses Songs, hat er sich getraut, das seiner Frau zu sagen. Und er hat an diesen Song gedacht, als er auf der Straße von einer Truppe Leute verprügelt worden ist, weil er eben als Frau verkleidet war oder halt als Frau. Ich sage also, weil er das Frausein gelebt hat, sagen wir es so. Er war ja nicht als Frau verkleidet, sondern er hat das natürlich dann ausgelebt. Und er wurde verprügelt und er hat gesagt, das hat ihm die Kraft gegeben, auch auf diese Menschen nicht mehr wütend zu sein. Und das wirklich für sich aufzustehen und einzustehen. Und ich habe so geweint, das hat mich, ich glaube, also da bin ich ein paar Tage lang rumgelaufen, wie frisch verknallt vor lauter Glückseligkeit, dass mein Lied sowas ausgelöst hat. Das hat mich so glücklich gemacht. Und genauso ist es natürlich, dass das, hey, ich meine irgendwie Axl Rose hat mir eine Idee davon gegeben, dass ich vielleicht irgendwann mal Musik machen kann oder, ja, weil es den gab, gab es, gibt es mich jetzt auch. Und das hat nie keinen Einfluss. Well done, Axl. Genau. Eigentlich bringe ich ja immer noch ihn mit Rom in Verbindung, aber musikalisch gab es ja auch mal eine Zeit. Und da war dieses komische Spaghetti, der Spaghetti-Unfall, der immer so viele Probleme bereitet. Hast du noch Zeit, Musik zu hören überhaupt? Ja, also ich höre auf jeden Fall sehr viel Musik, also verhältnismäßig. Ich habe Kollegen, die hören gar keine, weil sie sagen so, nee. Ich bin aber da auch, ich verstehe das ganz gut, ich bin da auch sehr vorsichtig. Also wenn jemand zu mir sagt, ah, ich muss dir mal eine neue Musik zeigen, dann sage ich ihm erst mal, ah, warte mal und so, weil das immer alles gleich beeinflusst. Und da merke ich immer, da bin ich dann so, das hat alles seine Zeit. Und ich spüre ganz genau hin, will ich mich jetzt damit befassen, mit diesem Künstler oder nicht. Und wenn ich das gerade will, wenn ich das ranlassen kann, wenn das gerade die Zeit dafür ist, dann beschäftige ich mich sehr gerne mit Musik, auf jeden Fall. Ja. Womit hast du dich zuletzt beschäftigt, musikalisch? Jetzt muss ich mal gerade überlegen, was habe ich als letztes entdeckt für mich? Also gerade komme ich ja von der Tour und da muss ich sagen, ich habe ja zwei ganz wundervolle Begleitmusiker, die selber auch Musiker sind und Lieder machen und die kriegen bei mir dann immer, die machen den Support oder halt einen Gastauftritt. Und wir hören im Auto dann ganz oft deren CDs auch und zuletzt habe ich mich beschäftigt mit einem von den beiden, Lukas Meister, der andere ist Benni Benson und der Lukas Meister hat gerade, der schreibt gerade neue Songs, er schreibt in seinem neuen Album und ich liebe einfach, was der macht und ich finde auch, dass er ganz oft so die Worte findet für die Sachen, die wir so alle, also die ich auch eben spüre und wir erleben ja ganz viel, wir fahren jetzt schon fast ein Jahr zusammen und irgendwie haben wir uns zuletzt mit seinen Songs beschäftigt, weil er uns was vorgespielt hat im Backstage, was ganz neu geschrieben war. Also ich entdecke gerade das neue Album von Lukas, so da, das ist gerade, was ich auch am meisten höre. Songs, 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 sind gerade relativ oft vorgekommen und eine Frage, die ich natürlich stellen muss, wo passieren bei dir die Songs? Ich habe schon gehört, du hast auf irgendeiner Toilette auf der A9 einen Song geschrieben, weil da hat man wohl einen Moment Ruhe. Genau, man ist ja den ganzen, man ist immer nur auf der Autobahn und wo, und dann wird man immer gefragt, wann schreibst du? Ich schreibe, wenn ich irgendwo hinkomme, wo ich denke, hier fühlt es sich wie zu Hause an. Hier ist ein Küchentisch, der ist ein bisschen ranzig und es ist so ein bisschen, ne, so und dann, dann kommt so die Inspiration und wenn ich, wenn ich drei Jahre lang nur auf der Autobahn unterwegs bin, wo fühle ich mich zu Hause? An der Raststätte, das ist doch ganz klar, weil du bist 20 Mal am Tag mit so einer Erbsenblase wie ich habe, bist du 20 Mal am Tag an der Raststätte und dann fällt dir halt da auch ein Song ein. Oder beim Autofahren fällt mir auch manchmal was ein und wenn ich dann an die Raststätte komme, dann nehme ich natürlich das Handy mit und dann, oh, jetzt muss ich das schnell eintippen oder halt reinsingen, was ich geschrieben habe, damit ich es nicht vergesse. Daher kommt das. Ja, jetzt kann ich meine Frage ja gar nicht stellen, schöne Erinnerungen, weil du hast ja gerade eine wunderbare Erinnerung geschildert schon, aber schöne Erlebnisse, doch, gibt es vielleicht noch irgendwas anderes? Du wirst ja oft über deine Preise definiert, fand ich total lustig und gibt es Sachen, wo du sagst, boah, das war so irre, das war so geil, dass ich das erleben durfte, dass ich dabei war, dass ich das gesehen habe. Gibt es da noch irgendwas, egal was? Ja, also ganz, was mir als allererstes einfällt, gerade bezüglich der Bühnensache, also das kann ich zum Beispiel sehr gut nachvollziehen, was du vorhin gesagt hast, dass man gar nicht mehr Zeit hat, sich zu freuen. Man erlebt so viele Sachen und alle sagen immer, boah, das muss doch Wahnsinn sein und man kann das aber gar nicht wahrnehmen, weil man so im Stress ist und der erste Moment, wo ich mich gefreut habe wieder, wo ich dachte, jetzt hat es aber sowas von geknallt in meinem Herzen gerade war, es war jetzt im Sommer, in München auf dem Tollwood-Festival habe ich gespielt, bei Hans Söllner und Hans Söllner ist ein riesengroßes, ich habe immer einen inneren Hans Söllner dabei, ich habe, mein Leben ist sehr geprägt worden und auch meine Musikalität und meine Texte schreiben von Hans Söllner, der hat mich immer begleitet und der hat gesagt, du sollst in meinem Programm eine Stunde von deinem Programm spielen, was für mich der absolute Hammer war und dann sind wir drei dahin gefahren und haben dort quasi vor Hans gespielt und das waren unheimlich viele Leute, ich glaube, es waren 5000 Leute oder so und ich, also die hatten alle Schiss, weil normalerweise Hans Supports immer ausgebucht werden und die hatten alle Angst um uns, dass wir, und wir waren so, la la la, wir sind halt da angekommen, haben uns gefreut, haben gar nicht darüber nachgedacht, ich habe auch nicht darüber nachgedacht, wie viele Leute am Ende da in dieser Halle sind und erstens mal war das natürlich toll und auch Hans kennenzulernen war super schön und wir sind auch irgendwie, wir haben es super verstanden und es war sofort irgendwie so ein Katzong schön und dann sind wir da auf der Bühne gewesen und plötzlich kommt der erste Applaus, wir haben Reise-Reise-Räuber-Geleiter gespielt und dann kommt dieser erste Applaus und es war wie eine Wucht, das hat uns so weggeknallt, weil das so viele Leute waren und man sieht die Menschen ja nicht, also man steht ja auf der Bühne und da ist das Bühnenlicht und deswegen siehst du ja gar nicht, wie viele Menschen und da ist mir erst mal klar geworden, vor wie vielen Leuten wir gerade stehen und die waren halt so nah an uns dran und die haben uns gefeiert und es war einfach, ich habe jetzt schau, ich habe eine Gänsehaut, ich habe zwei Gänsehäute, die andere sieht man nicht, aber es ist wirklich Wahnsinn, also das war ein Wahnsinnserlebnis, also dafür war ich so dankbar und ich bin von der Bühne gerannt, ich habe Hans so gedrückt, ich dachte, oh Gott, der findet das bestimmt total übergriffig, aber ich habe den so, ich sage, du hast mir so eine Ehre erwiesen jetzt, dass du mich hier eingeladen hast, Wahnsinn, also toll, es war ganz, ganz schön. Hat das für euch, was soll ich getan? Ja, weil wenn du vor bekannteren Künstlern oder größeren, sagen wir mal bekannteren einfach zu der Zeit spielst, also sehr oft, wenn du, ist das gut für dich, es kann gut für dich sein, obwohl es schwierig ist, es kann aber auch, meistens geht es nach hinten los, bei den meisten, wenn du eröffnest für eine ganz große Band, viele Bands wie Rolling Stones oder ACDC eröffnet haben, sind runtergefallen. Okay. Ja, weil die Bühne war so riesig und die haben einfach versagt, das war zu groß, das war zu groß. Hat das was für dich getan? Weil du scheinst ja pudelwohl gefühlt zu haben, 5000 Leute, die Tänzerin in dir, die Erzieherin in dir, die Leute beeinflusst, du bist halt die Rampensau irgendwo, das ist dein Leben. Und hat das was für euch getan? Ja. Hat das was verändert? Ja, auf jeden Fall. Also das hat natürlich zum einen ausgelöst, also ich denke, was du gerade sagtest, dass es sowieso wichtig ist, dass wir uns alle gegenseitig unterstützen, darum nehme ich mir auch meine Kollegen mit, die ich sehr gerne mag. Nächstes Jahr nehme ich noch wieder andere Kollegen mit und ich finde das super wichtig und ich habe das immer so erfahren, dass ältere Musiker oder Leute, die mehr Erfolg hatten in dem Moment, gesagt haben, hey, komm doch mal hierhin, spiel doch mal da und dass es eine gemeinschaftliche Kultur gibt unter uns, sich gegenseitig zu unterstützen, das finde ich schon mal geil. Und natürlich bei Hans Söllner war das so, das Nächste ist, dass es einfach zusammenpassen muss, das ist ganz wichtig, also dass man sich nicht irgendjemanden mitnimmt, wo man jetzt sagt, wo die Leute sagen, was soll das denn jetzt irgendwie? Und bei Hans und mir, da hat es dann gepasst, es war halt Glück, also dass die Leute, dass die Fans gesagt haben, ja, und ich habe dann wunderbarerweise von vielen das Feedback bekommen, die waren dann nach noch auf meinen Konzerten dann und haben gesagt, wir waren auch beim Söllner und wir fanden, das hatte so ein Spirit wie der Hans auch vor ein paar Jahren, so wo der noch kleiner war. Und dann habe ich gedacht, boah, was für ein Kompliment, Wahnsinn. Und natürlich, das bringt schon viel, also zum einen kann man sich auch natürlich, also was es mir vor allem bringt, mir geht es, mir geht es ja, ich mache ja die Musik gar nicht, damit ich jetzt total viel Erfolg habe, den habe ich ja schon lange, weil Leute hören mir zu, ja, ich freue mich auch über zehn Leute, die mir zuhören und dass ich davon leben kann, ist noch viel geiler. Aber ich mache die Musik eh, weißt du, und gebracht hat es mir vor allem, dass ich Hans kennengelernt habe und dass ich an einem Punkt war, wo es mir, wo es mir mit dem Erfolg sehr schlecht ging, wo mich das alles sehr erdrückt hat, sehr gestresst und ich habe das nicht geschafft, aus so einer Stressschleife rauszukommen. Und dann hat Hans zu mir gesagt, hey, pass auf dich auf und ich glaube, wir müssen uns mal treffen, wir beide. Und er hat mir ganz viel von sich erzählt und hat ganz viel gesagt, wie er das so macht und dann habe ich mir einfach auch viel abgeschaut. Also du kannst dir natürlich von so Profis, die einfach schon jahrelang im Geschäft sind, kannst du auch sagen, Mensch, guck mal, der macht das so. Ja, ah ja, und dann kannst du die um Rat fragen und so Dinge auch. Und das finde ich eigentlich fast noch das Tollere daran, dass du, dass du dir dann einfach auch, das ist ja auch ein Handwerk, da geht es auch einfach darum, wirklich zu lernen, wie, wie meistere ich diesen Alltag? Was ist wichtig? Wie mache ich den Leuten einen schönen Abend und und so weiter? Die Bühnenshow, das ist was, was ich sehr ausgefeilt habe, aber, aber alles, was drum rum ist, weißt du so. Und da sind ja noch viele andere Faktoren. Du hast ja eine eigene Firma dann auf einmal. Da lastet unheimlich viel Druck auf dir. Wer soll das verstehen, außer ein Kollege, dem es genauso geht? Und das ist toll, wenn sich da zwei so irrlicht da im Dunst der, ja, dieser Welt irgendwie begegnen und sagen, ach du hier, ah ja, dir geht es auch manchmal so. Okay, alles klar, dann bin ich nicht total gestört, weißt du? Du bereitest mir ein bisschen Bauchschmerzen. Einerseits würde ich mich total gern noch mit dir unterhalten. Andererseits haben wir schon so lange geredet. Und ich denke, ich frage noch so eine ganz blöde Frage, die ich ja liebe, immer zu stellen und dann nehmen wir uns das für das nächste Mal auf. Und zwar, du bist Musikerin, Töne sind sehr wichtig für dich. Ja, und jetzt geht es einfach darum, egal woher dieser Ton kommt, ob es, egal was es ist, ob es ein Akkord ist, ob es eine Tonnatur ist, gibt es einen Ton, der dir ein, zwei, drei Gänsehäute macht, der dich wohlig erschauern lässt. Gibt es einen Ton, den du liebst? Ob es das Rufen eines Kindes ist, ob es irgendwas in der Musik ist oder irgendwas? Gibt es so etwas für dich? Ich muss mal nachdenken. Also es gibt, also ich, ja, wenn Menschen, die ich liebe, wenn ich die am Telefon Hallo sagen höre, also wenn mein Sohn, natürlich, wenn ich den anrufe und er sagt, Hallo Mama, sagt immer, Hallo Mama, in genau dem gleichen Ton, dann ist es so, na klar, weil, ja, genau, das zum Beispiel, das liebe ich sehr, also da wird mir das Herz allein ganz warm und die Stimme eines Menschen zu hören, den man liebt, ist immer. So, vielen lieben Dank, hat Spaß gemacht, du hast mir ja einige Vorlagen gegeben, die ich total gern verwertet hätte, habe ich mir aber verkniffen, sonst würden wir lange reden und es wäre, wir wiederholen das, Sarah läuft zu Gast bei 16 Minuten und natürlich bei Second Radio, das Interview werdet ihr auf beiden Kanälen sehen bzw. hören und eine Sache merke ich mir, die mit den Gänsehäuten und so und den Tattoos, da kommen wir nochmal beim nächsten Mal drauf und, nee, das habe ich ganz vergessen, deine Platte ist natürlich jetzt aktuell, du hast ja natürlich schon lange geschrieben, für dich die existiert die schon lange, das ist jetzt noch die Vermarktung, die gerade passiert, arbeitest du an was Neuem, sehen wir uns demnächst wieder? Sehr gerne, also ich arbeite immer an Neuem, weil ich immer wieder schreibe und ich habe natürlich einen Haufen Lieder zu Hause rumliegen, die darauf warten, auf die nächste Platte zu kommen, das ist immer so, aber da werden noch einige entstehen und im Moment ist es natürlich auch aufregend für mich, auf der Bühne jetzt meine eigenen Songs zu entdecken oder wenn da mal ein Flügel steht und dann, ach komm, heute spielen wir es mal am Flügel und dann gucken wir mal, was dann passiert und die sind noch nicht zu Ende und werden jetzt nur vermarktet, sondern natürlich ist das Vortragen und die Lieder entdecken an der Resonanz der Menschen auch was total Aufregendes, aber es gibt immer neue Songs auf jeden Fall. Deine Kinder werden erwachsen, ne? Ja, genau, genau. Vielen lieben Dank. Ich danke dir auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.